Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Der Schwarzmarkt 2021 ist zum Zeitpunkt des Releases dieses Videos im Grunde so gut wie abgeschlossen, zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht so ganz, aber man kann jetzt schon ein Fazit ziehen und ich kann jetzt schon meine Rechnung aufmachen, was denn Wargaming ungefähr an Euro wert mit diesem Schwarzmarkt umgesetzt hat. Warum jetzt schon das letzte Angebot? Ihr habt es gesehen, dieser Schlüssel für 5000 Gold, womit man dann Fahrzeuge angeboten bekommt, die man selber noch nicht in der Garage hat, die aber in irgendeiner Form schon mal im Schwarzmarkt verfügbar waren. Da ist das Problem halt, man hat keine Verkaufszahlen, also es gibt keine Begrenzung, jeder Spieler kann das kaufen und dementsprechend hat es auf die Rechnung, die ich hier letztes Jahr und dieses Jahr natürlich auch wieder aufstelle, keinen wirklichen Einfluss. Also klar hat es am Ende für die Zahlen für Wargaming schon einen Einfluss, aber ich kann jetzt hier von außen nicht wirklich sagen, wie viel denn da wirklich umgesetzt worden ist, was dieses letzte Angebot angeht. Grundlegend ist es so, dass natürlich diese Zahlen, die wir hier sehen, das sind erstens Umsatzzahlen und das ist auch nicht die Zahl, die Wargaming jetzt wirklich in dieser einen Woche jetzt an Euros auf sein Konto bekommen hat, denn wir müssen natürlich davon ausgehen, dass ein Großteil der Spieler die Credits oder natürlich auch das Gold, was hier eingesetzt wurde, schon zu einem früheren Zeitpunkt gekauft hat. Vielleicht nicht komplett, aber ein sehr großer Teil davon. Wir wissen ja, viele Spieler von uns oder aus der Community investieren gerade zu Weihnachten immer relativ viel Geld ins Spiel, um dann diese Lootboxen sich zu kaufen, ziehen daraus natürlich sehr, sehr viel Gold und entsprechend will das Gold dann irgendwann mal wieder ausgegeben werden und dafür gibt es ja zum Beispiel auch den Schwarzmarkt. Das heißt aber, die Spieler haben das Geld schon mal vorher investiert. Es ist also kein realer Umsatz, das kann man einfach nicht ermitteln von außen, das wird Wargaming auch nie irgendwie einem die Info zur Verfügung stellen, aber wir können quasi den Wert grob ermitteln, der mit diesem Schwarzmarkt umgesetzt wurde. Grundlegend kann man sagen, im Vergleich zum letzten Jahr hat sich der Schwarzmarkt dahin gewandelt, dass die Angebote für Credits auf jeden Fall mehr geworden sind. Wir hatten im letzten Jahr fünf Angebote für Credits, hatten in diesem Jahr jetzt sieben Angebote für Credits. Dafür ging natürlich die Anzahl der Goldangebote um zwei nach unten und was wir auch bemerkt haben, ist der massive Anstieg an Auktionen. Letztes Jahr waren es insgesamt sieben Auktionen, dieses Jahr zehn und wir haben natürlich auch das neue Feature gesehen, die offenen Auktionen, wo man also immer diesen Medianwert hatte, um sich daran zu orientieren, ob sein eigenes Gebot jetzt noch im Rahmen liegt, den Panzer oder den Gegenstand zu bekommen oder eben nicht. Das ist einerseits positiv aufgenommen worden, andererseits natürlich auch kritisiert worden, denn natürlich sind generell die Auktionen, sei es jetzt geschlossen oder offen, natürlich ein Mittel von Wargaming, den Preis zumindest noch ein bisschen anzufeuern. Kann man sicherlich kritisch sehen. Auf der anderen Seite, ich habe es ja auch schon in meinem Zwischenfazit gesagt, ist es einfach so, dass diese Auktionsangebote zumindest den Spielern etwas entgegenkommen, damit man nicht pünktlich immer 17 Uhr oder 5 Uhr früh am Rechner sein musste. Dass man damit nicht alle Spieler erreicht, das hattet ihr mir auch schon in den Feedbacks beim Zwischenfazit geschrieben, aber man kommt den Spielern damit natürlich ein bisschen entgegen. Dass man das auf der anderen Seite kritisch sehen kann, das sehe ich vollkommen ein. Gehen wir nochmal fix durch die Angebote durch. Ich will es nicht ganz so lang machen wie im letzten Jahr, da war das Video nämlich irgendwie dann 30 Minuten lang. Erstes Angebot Tier 8 Premium TL1 LPC, ein Angebot für eine Auktion, für eine Credit Auktion. Das Minimumgebot waren 3 Millionen, am Ende ging der Panzer für ungefähr 8 Millionen weg. Premium Panzer für Credits, ob jetzt Festpreis oder Auktion, finde ich generell bei diesem Schwarzmarkt immer gut. Der Schwarzmarkt besteht ja einerseits aus sehr seltenen Angeboten, aber auch Möglichkeiten halt für Spieler, die kein echtes Geld ausgeben wollen, an Premium-Fahrzeugen zu kommen. Und hier hatten wir das erste Angebot. Das zweite Angebot waren dann 25.000 Stück des M10 RBFM. Hier auch wieder eine Auktion, eine geschlossene Auktion. Das Mindestangebot waren 300 Gold. Und der Panzer, soweit meine Informationen vorliegen, ist auch für dieses Mindestangebot weggegangen. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass nicht alle 25.000 Stück auch verkauft wurden. Wie viele verkauft wurden, wissen wir nicht. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf meine Rechnung. Darauf gehe ich aber dann ein, wenn wir uns gleich die Tabelle anschauen. Das dritte Angebot, Festpreis Premium Tier 8 Jagdpanzer Turtle MK1. 9.400 Stück wurden verkauft für einen Festpreis von 6 Millionen Credits. Das gleiche wie beim TL1 LPC, nur diesmal als Festpreis. Achter Premiums für Credits finde ich immer gut. Hier gab es auch die ersten technischen Probleme. Aufgrund vermutlich der hohen Nachfrage haben einige Spieler das Fahrzeug nicht bekommen. Nicht, weil sie zu langsam waren, sondern weil immer, wenn sie auf Kaufen geklickt haben, eine Fehlermeldung ingehen kam. Bei mir aus dem Klaren haben mir das auch einige zu anderen Angeboten berichtet. Aber beim Turtle war es auf jeden Fall das erste Mal, dass Spieler das Fahrzeug nicht bekommen haben, obwohl sie es kaufen wollten. Und es dementsprechend auch teilweise zu Frust kam. Was natürlich verständlich ist. Das vierte Angebot, 55.000 Stück des 3D-Skins für den E50M. Dazu habe ich im Zwischenfazit auch schon gesagt, dass ich es komisch finde, dass sie jetzt nochmal einen 3D-Skin für den E50M verkaufen. Für 255 Gold. Auch hier ist es wohl so gewesen, dass der Skin für das Mindestgebot weggegangen ist. Also für die 255 Gold. Und dementsprechend muss man davon ausgehen, dass auch hier nicht alle 55.000 Skins verkauft wurden. 55.000 ist aber auch relativ viel. Also verwundert mich jetzt auf jeden Fall nicht. Fünftes Angebot. Ich glaube eines der gefragtesten Angebote aus dem diesjährigen Schwarzmarkt. Der WZ 111 Kilin. 9.000 Stück für eine geschlossene Auktion für Startpreis 15 Millionen Credits. Der Panzer ist am Ende für roundabout 26, 26,1 Millionen weggegangen. Es gab natürlich Spieler, die haben deutlich mehr geboten. Am Ende ist das ein WZ 111 5A. Also der Tier 10, der reguläre Tier 10 Heavy bei den Chinesen. Nur mit diesem 3D-Skin. Man hätte auch einfach den 3D-Skin verkaufen können, aber da hätte man natürlich nicht so viel Credits aus dem Spiel gezogen, als wenn man das als eigenständiges Fahrzeug verkauft. Sechstes Angebot. Wieder ein Premium 8er Skoda T27. Ein auch in meinen Augen völlig in Ordnung oder ja, okayer Panzer. Nicht super OP, nicht super scheiße. Hat seine Stärken und Schwächen definitiv. Diesmal aber für Gold. Und das war die erste offene Auktion, die es gegeben hat. 15.000 Stück. Startgebot waren 5.600. Der Panzer ist am Ende für roundabout 6.400 Mindestgebot weggegangen. Weiter geht's mit einem sehr seltenen Fahrzeug, wo ich auch persönlich zugeschlagen habe. Tier 4 Medium bei den Sowjets A32. 3.600 Stück waren im Angebot für einen Festpreis von 7.500 Gold. Und der Panzer war auch innerhalb von 19 Sekunden ungefähr verkauft. Beim Turtle übrigens waren es knapp unter einer Minute. Reines Sammlerfahrzeug zum Gold vernichten im Grunde, weil Pflichtkauf ist das definitiv nicht. Weiter geht's mit einem Fahrzeug, ähnlich wie der WZ, aber eigentlich wirklich ein eigenständiges Fahrzeug, was so noch nicht im Verkauf war, wieder im Verkauf war. Also der Aufklärungspanther war früher schon mal im Spiel, jetzt ist er wiedergekommen. Und ihn gab es 13.000 Mal in einer offenen Auktion für einen Mindeststartpreis von 3 Millionen Credits. Er ist am Ende für roundabout 9,4 Millionen Credits über den Tisch gegangen. Wenn ihr übrigens andere Informationen habt zu den Preisen, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Das ist halt das, was ich so recherchiert habe, was mir meine Discord-Community mitgeteilt hat, beziehungsweise was ich auch so den einschlägigen Facebook-Gruppen gelesen habe. Ja, 9,4 Millionen Credits für einen eher mäßigen Tier 7 Premium leichten Panzer. Man muss den nicht haben, ist im Grunde ein Sammlerobjekt, den man ab und zu mal aus Spaß ausführen kann. Als nächstes ein eigentlich Belohnungsfahrzeug, ein Tier 10 Panzer der T22 Medium. Sehr, sehr gefragt. 12.000 Stück, eine geschlossene Auktion für Startpreis 15 Millionen Credits. Und was ich jetzt an Informationen habe, ist das Teil für mindestens 41,25 Millionen ungefähr weggegangen. Das heißt, es gibt Spieler, die haben deutlich, deutlich mehr auf dieses Fahrzeug geboten. Das 10. Angebot, wir sind wieder bei einem 8er Premium 50 TP Prototyp. Ein, ja genau wie die anderen Panzer, die im Angebot waren, mittelmäßiger, schwerer Premium Panzer auf Tier 8. 12.000 Stück, geschlossene Auktion für Startpreis 5.000 Gold. Und der Panzer ist am Ende für roundabout 6.100 Mindestgebot weggegangen. Es geht weiter am 11. Angebot, AMX 50 Forsh 155. Den Panzer hatten wir am allerersten Schwarzmarkt auch schon. Ein, ja, kein Premium Panzer, ein Panzer, ein Jagdpanzer, der schon mal im Spiel war, rausgenommen wurde. Und dann im Prinzip als, naja, Belohnungspanzer oder halt als Semi-Premium Panzer wiedergekommen ist. Hier sehen wir jetzt, dass ich das Fahrzeug schon hatte. 15.000 Stück wurden verkauft für einen Festpreis für 20 Millionen Credits. Das Fahrzeug war nach ungefähr 50 Sekunden ausverkauft. 12. Angebot IS-2 Berlin. Siemer Premium Heavy, den man nicht unbedingt haben muss. 15.000 Stück, geschlossene Auktion für eine Million Credits. Mindestgebot, das Fahrzeug ging am Ende für mindestens 2,2 Millionen Credits weg. Und das letzte reguläre Angebot, wo ich mich echt gewundert habe. Nicht, dass der Panzer im Schwarzmarkt verkauft wurde, sondern was ich teilweise in Facebook-Gruppen gelesen habe, was Leute für dieses Fahrzeug geboten haben. Der Prochetto, der Premium Prochetto auf Tier 8. 12.000 Stück wurden verkauft. Eine geschlossene Auktion für ein Mindestgebot von 7.500 Gold. Der Panzer ist am Ende für ungefähr 10.500 Gold Mindestgebot weggegangen. Und es gibt aber Leute, die haben so viel mehr für diesen Panzer geboten, wo ich denke, why? Einfach nur why? Ja, der ist gut, aber der kommt auch irgendwann wieder in den Verkauf. Also, really? Really, really, really? Na ja, gut. Und dann halt, wie gesagt, das letzte Angebot, worauf ich am Anfang schon eingegangen bin. Dieser Schlüssel, den man sich kaufen konnte, um dann für 5.000 Gold, um dann am Ende die Möglichkeit zu haben, einen Panzer aus dem Schwarzmarkt angeboten zu bekommen, den man selber noch nicht in der Garage hat. Das heißt, und das habe ich auch gesehen, einige Spieler, oder gar nicht mal so wenige, haben sich damit den Type 59 in Gold quasi für 5.000 Gold und dann noch die 900.000 für den ersten Slot in die Garage gestellt. Wenn man überlegt, für wie viel Gold dieser Type 59 als Goldversion in den letzten Jahren weggegangen ist, ist das schon ganz schön krass. Aber auf jeden Fall ein, in meinen Augen, sehr cooles neues Feature, um an diese Panzer zu kommen. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich fragen, was das mit dem Schwarzmarkt zu tun hat, weil dort es ja eigentlich immer um begrenzte Angebote ging. Und Wargaming natürlich das Ganze hier ein bisschen aufweicht oder aufgewichen hat. Denn jetzt kann man halt, also wurden die Fahrzeuge quasi unbegrenzt ins Spiel geworfen, weil jeder, der es wollte, konnte es haben. Natürlich war Glück dabei, welchen Panzer man angeboten bekommt, von denen, die man noch nicht hatte. Man konnte ja sich bis zu viermal hier quasi die Slots erweitern für Credits. Am Ende konnte man sich nur einen Panzer aussuchen. Interessant, aber natürlich wurde damit die ganze Schwarzmarkt-Logik auch so ein bisschen erweitert. Und ich bin gespannt, wenn wir nochmal einen weiteren Schwarzmarkt in den nächsten Jahren sehen, was da Wargaming noch vorhat. Hier nun die Rechnung auch so, wie ich sie in den letzten Jahren schon aufgestellt habe. Wir sehen die Angebote, wir sehen die angebotenen Stückzahlen, wir sehen die verkauften Stückzahlen. Bei den beiden Angeboten, wo wir davon ausgehen müssen, dass die nicht komplett verkauft wurden, also beim M10 RBFM und beim 3D-Skin vom E50M, habe ich jetzt beim M10 mal 15.000 Stück angesetzt. Das ist einfach eine Zahl ins Schwarze reingeschossen. Also das ist eine reine Schätzung von mir. Ich weiß nicht, wie viele Fahrzeuge wirklich umgesetzt wurden, aber bei einem Goldpreis von 300 oder bei einem Gebot von 300 ist der Impact auf die Gesamtsumme, das werden wir gleich noch sehen, relativ gering. Ähnlich sieht es beim E50-Skin aus. Dort wurden 55.000 angeboten. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass roundabout 30.000 von diesen Skins verkauft wurden. Und auch da ist der Impact auf die Gesamtsumme, was hier an Wert über den Tisch gegangen ist, relativ gering. Also von daher, selbst wenn wir jetzt hier mal noch 5.000 mehr oder weniger rechnen, hat das jetzt keinen großen Einfluss auf die endgültige Zahl. Anders als im letzten Jahr habe ich hier bei den Preisen immer nur den Mindestpreis angesetzt, mit dem ich dann weitergerechnet habe. Das heißt, wir müssen bei der Endsumme im Grunde davon ausgehen, dass die auch nochmal ein Stück weit höher liegt, die reale Summe oder der reale Wert, der am Ende bei diesem Schwarzmarkt umgesetzt wurde. So ist es aber für mich einfach eine saubere Rechnung mit dem Hintergedanken, dass wir hier quasi immer am unteren Ende rechnen. Ansonsten die Berechnung relativ logisch, Summen gebildet. Und dann hier jeweils, wenn es Goldangebote waren, das Gold schon in Euro umgerechnet. Je nachdem mit drei verschiedenen Umrechnungskursen von Euro in Gold oder von Gold in Euro, um entsprechend dann hier auch verschiedene Summen zu bilden. Denn wir wissen ja, der Goldpreis ist nicht konstant. Je nachdem, was man für Pakete kauft, schwankt der halt. Und je nachdem ist auch der Umrechnungskurs dann ein anderer. Und das repräsentiert quasi hier diese 305 Gold pro Euro, 370 Gold pro Euro oder halt vielleicht sogar bei sehr guten Angeboten, den Lootboxen zu Weihnachten, 450 Gold. Die Wahrheit liegt halt am Ende irgendwo dazwischen. Am Ende kommen wir auf jeden Fall, wenn man das hier zusammenrechnet, auf eine umgesetzte Goldsumme von ungefähr 434 Millionen Gold. Was dann umgerechnet einen Wert von ungefähr 1,4 bis 0,9 Millionen Euro entspricht. Wie gesagt, je nachdem, welchen Umrechnungskurs man hier ansetzt. Allein das ergibt dann also eine Summe, die schon sehr, sehr stattlich ist. Und wenn man jetzt noch die Credits dazu nimmt, kommt man erstmal auf eine Creditsumme von ungefähr 1,3 Billionen Credits. Allein das ist unvorstellbar. Und wenn man jetzt davon ausgeht, und das ist auch im Prinzip nur eine komplett grobe Schätzung von mir, dass 5% dieser 1,3 Billionen Credits mit Echtgeld erzeugt wurden. Das heißt, man hat zum Beispiel einen Ford Knox gekauft, wo Credits dabei sind oder hat halt Gold umgewandelt. Dann kommen wir hier bei den Credits ungefähr auf 534.000 Euro, was nochmal diese 5% dieser 1,3 Millionen Credits entspricht. Man kann das sicherlich auch anders rechnen. Das ist eine Beispielrechnung. Also legt mich da bitte nicht so fest, killt mich jetzt nicht, ihr könnt das auch gerne anders sehen, ihr könnt das gerne anders rechnen. Es soll halt eine Berechnung sein, um mal ungefähr euch einen Wert zu präsentieren. Auf jeden Fall, wenn man das dann zusammen summiert, kommt man auf einen Euro-Wert, der mit diesem Schwarzmarkt umgesetzt wurde, von 1,5 bis ungefähr 2 Millionen Euro. Wir dürfen nicht vergessen, ich habe halt hier immer nur die Mindestgebote angesetzt. Der reale Wert dürfte also, wenn man nur das Gold auch betrachtet, auf jeden Fall nochmal ein bisschen höher liegen. Und das Spannende dabei ist ja jetzt, es sind mehr Angebote für Credits dabei gewesen, aber es sind auch mehr Angebote für Gold, äh Quatsch, nicht für Gold, sondern mehr Angebote als Auktionen. Übrigens noch als Ergänzung, das letzte Angebot, das Schmuggelwaren-Angebot, habe ich jetzt so gerechnet, ich habe die Credits dabei völlig außen vor gelassen, hätte man jetzt auch nochmal mit einfließen lassen können. Ich habe aber hier nur das Gold berechnet und habe hier eine Vermutung getätigt, dass 20.000 Spieler auch diese 5.000 Gold ausgegeben haben, um Zugriff auf diese Angebote zu bekommen. Das ist eine reine Schätzung, hat mit diesen 20.000 einen Impact von ungefähr 327.000 bis 222.000 Euro. Relativ hoch, das dürfen wir halt nicht vergessen, aber selbst wenn wir es, sagen wir mal, außen vor lassen, ist halt die Summe, die sich am Ende hier ergibt, trotzdem irgendwo vermutlich ein bisschen höher, weil wie gesagt, ich habe immer nur die Mindestpreise bei der Berechnung angesetzt. Aber jetzt kommen wir noch zum Vergleich zum letzten Jahr und da habe ich mit meiner Rechnung einen Wert von ungefähr 1,36 bis 1,86 Millionen Euro errechnet. Und letztes Jahr habe ich auch nicht mit den Mindestpreisen gerechnet, sondern ungefähr roundabout mit dem, was man im Schnitt benötigt hat. Also schon mit deutlich höheren Werten. Und was man da jetzt sehr gut sieht, ist einfach, dass Wargaming dieses Jahr vermutlich, wenn diese Rechnungen jetzt nicht komplett falsch sind, einen etwas höheren Euro-Wert umgesetzt hat oder halt wieder aus dem Spiel rausgezogen hat oder einfach ein, dass der Euro-Wert grundsätzlich an den Items, die hier umgesetzt wurden, auf jeden Fall höher liegt als im letzten Jahr. Es spricht also schon dafür, dass es nicht ohne Grund mehr Auktionsangebote sind, auch wenn es hier ein bisschen trügerisch ist und es sind mehr Angebote für Credits, scheinen die Auktionen trotzdem dazu beizutragen, dass insgesamt der Euro-Wert, wenn man ihn umrechnet, auf jeden Fall steigt im Vergleich, wenn es weniger Auktionen gibt. Also Wargaming rein wirtschaftlich gesehen machen sie hier wie immer alles richtig. Eine Bewertung möchte ich hier am Ende eigentlich gar nicht abgeben. Für euch soll das einfach nochmal eine Rechnung darstellen, um wirklich zu wissen, was denn Wargaming hier so umsetzt oder grob umsetzt und was da am Ende so für Werte über den Tisch gehen. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es jetzt doch vielleicht wieder so ein bisschen länger geworden ist. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir gerne euer Feedback zu dieser Rechnung da und wie ihr das vielleicht seht. Lasst das alles in den Kommentaren da. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Unterstützer, namentlich genannt sind es Eirendal, Ködö und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher. Euer Oher